Hallo, in diesem Video lernst du, was wir in der Mathematik mit einer Funktion meinen. Wir sagen, eine Funktion f ist eine Vorschrift. Du kannst dir die Funktion f vorstellen wie einen Roboter, der einer bestimmten Rechenvorschrift folgt. Dabei lässt dieser Roboter nur ganz bestimmte Werte als Eingabe zu. Hier in diesem Beispiel sind es die Werte 0, 1, 2 und 3. Und die Rechnung, die dieser Roboter durchführt, kann auch nur ganz bestimmte Werte als Ergebnis liefern. Hier in diesem Fall sind es die Werte 0 bis 6. In der Mathematik bezeichnen wir die erlaubten Eingabewerte als die Definitionsmenge d. Und die erlaubten Ausgabewerte, also hier die Werte 0 bis 6, bezeichnen wir in der Mathematik als die Wertemenge W. Damit der Rechenroboter auch so funktioniert, wie wir das in der Mathematik wollen, muss er etwas Bestimmtes können. Und zwar muss er jeder Zahl aus der Definitionsmenge exakt eine Zahl aus der Wertemenge zuordnen. Zum Beispiel könnte der Rechenroboter der Zahl 0 aus der Definitionsmenge auch die Zahl 0 aus der Wertemenge zuordnen. Wir könnten das Ganze zum Beispiel so hinschreiben. Wie wir ja bereits gesagt haben, muss der Rechenroboter wirklich jeder Zahl der Definitionsmenge genau eine Zahl der Wertemenge zuordnen. Das heißt, wir nehmen weiters an, er weist der Zahl 1 aus der Definitionsmenge die Zahl 2 aus der Wertemenge zu und notieren das hier drüben. Der Zahl 2 aus der Definitionsmenge weist die Zahl 4 aus der Wertemenge zu und der Zahl 3 aus der Definitionsmenge weist der Rechenroboter die Zahl 6 aus der Wertemenge zu. Ab sofort bezeichnen wir den Rechenroboter nur mehr einfach als f. Und wir können die Zuordnungen von f mit Hilfe von Pfeilen hier in den Mengendiagrammen darstellen. f ordnet der Zahl 0 aus der Definitionsmenge die Zahl 0 aus der Wertemenge zu. Dann der Zahl 1 die Zahl 2, der Zahl 2 die Zahl 4 und der Zahl 3 aus der Definitionsmenge die Zahl 6 aus der Wertemenge. Wir sehen also f ist eine Funktion, denn f ordnet jeden Element der Definitionsmenge genau ein Element der Wertemenge zu. Wir schreiben dafür auch kurz f Doppelpunkt d Pfeil w und sprechen die Funktion f bildet die Definitionsmenge auf die Wertemenge ab. Wir können die Zuordnungen der Funktion f auch in dieser Form hier anschreiben und wir sprechen dann f von 0 ist gleich 0, f von 1 ist gleich 2, f von 2 ist gleich 4 und f von 3 ist gleich 6. Dabei sind die Werte hier in der Klammer immer Werte aus der Definitionsmenge d und die Werte hier rechts von ist gleich, also die Ergebniswerte, sind immer Werte aus der Wertemenge. Für gewöhnlich bezeichnet man diese Werte hier, also die Ergebniswerte, auch als Funktionswerte. Nun habe ich noch eine kleine Bonusaufgabe für dich. Die Funktion f ist eine Rechenvorschrift und diese Vorschrift muss erfüllen, dass wenn wir den Wert 0 einsetzen, wir den Wert 0 als Ergebnis erhalten. Wenn wir den Wert 1 einsetzen, dann erhalten wir den Wert 2 als Ergebnis und so weiter. Also fällt dir eine mögliche Vorschrift ein, die diese Rechnungen erfüllt, also die uns diese Ergebnisse für diese Werte liefert. Pausiere dazu kurz das Video und versuche es dir selbstständig zu überlegen. Eine mögliche Vorschrift, die diese Zuordnungen hier erfüllt, ist f von x ist gleich 2 mal x. Dabei ist das x ein Platzhalter für einen Wert aus der Definitionsmenge und wir können die gewünschten Zuordnungen durch ganz einfaches Nachrechnen überprüfen. Zum Beispiel, wenn wir für x den Wert 0 einsetzen, erhalten wir f von 0 ist gleich 2 mal 0, also 0 und genau das ist die gewünschte Zuordnung. Das war es für dieses Video und im nächsten Video geht es mit dem Arbeitsblatt weiter.